Eigentlich warst du es ja jetzt auch hier klein. Jetzt falle ich hier runter. Achso nein, ich liege da schon. Problem ist, dass ich nicht mehr wirklich weiß, was hier noch auf dem Schiff kommt. Oh, du bist meiner! Oh, ey! Oh, ey! Wenn du riechst, was Ada is cooking! Hast du das gesehen? Warte, warte, das waren 619. Hä, bei mir? Ach, andere Seite. 619! Wir könnten ja auch mal Wrestling spielen, aber die Wrestling-Spiele sind mir... Hab ich früher schon. Von der Bewegung her sind mir die immer ein Ticken zu langsam. Und das ist schon nervig. Wir bestätigen, dass Wong die Wahrheit gesagt hat. Ein bewaffneter Flugzeugträger befindet sich im offenen Wasser nicht weit von ihnen. Das Satellitenbild zeigt an, dass sie vorhaben, Raketen aus Festland zu schießen. Sie müssen sie davon abhalten, auch nur eine abzuschießen. Aida trifft Aida, die Twilight Zone. Es sind so viele Leute online gleichzeitig von uns, ne? Dein Hass auf Simmons brachte dich so weit, ihre Welt zerstören zu wollen. Soll ich jetzt wieder geiern? Hey, bei dir sind 25 Leute und bei mir nur 10. Wie geht denn sowas? Hast du mich denn nicht genau deshalb involviert? Ich weiß nicht, wer hier bei dir noch drinnen oder wer bei mir noch ist, der bei dir noch nicht eingeschalten hat. Ich auch nicht, habe ich nicht geschaut. Ich bin einfach online gekommen heute. Ich mache mir normalerweise, gehe ich immer in deinen Chat, schreibe mir eine Liste auf und der, den ich bei mir dann auch sehe, in meiner Auflistung gibt einen Haken, die anderen kriegen einen Minus. Und ab dem, ab dem dritten Minus musst du bei mir ein Warum schaust du mir nicht zu, du Affe, Seminar besuchen. Und dann geht's los und dann rede ich drei Stunden darüber, warum es besser ist, mir zuzuschauen, als es nicht zu tun. So siehst du aus, wenn ich dich eine Nacht ausgeliehen habe. Ja, das... Die Befürchtung habe ich. Ob ich das will, ist die Frage... Ich bin nicht echt in der Wong. Ich brauche niemanden. Ich besprize dich mit meiner Gülle. Ich bin nicht gescheitert. Es geht erst los. Warum müssen eigentlich alle Viecher zu Schleim werden hier drin? Good question. Muss ich irgendwas beachten, bevor ich jetzt einfach wieder sterbe? Ähm... Ich glaube nicht. Wird das gar nicht eingeblendet bei dir, wer den Sound abspielt? Nö. Soll ich das machen? Nee, ich... Ich wusste gar nicht, dass das geht. Im... Im Chat ja. Im Chat ja, aber im Bildschirm nicht, gell? Ich will auf Erden! Was sie genommen hat, ähm... Nadine, so wie die aussieht, hat die ganz, ganz viel Bukake-Party hinter sich. Ich... 801... Lebe Plänen in dieser neuen Wegzeit! Resisex ist eklig, ja. Andererseits, man könnte auch vermuten, das... Was aus ihr geworden ist, verwendet Oreo für die Füllung ihrer Kekse. Es könnte auch sein. Aber du bist nicht mehr als eine... Billige Kopie. Wow, was für ein Spruch. Ich hätte jetzt gesagt, mach mir den Oreo. Ruh in Frieden, Carla. Boah, jetzt habe ich, glaube ich, ganz vielen Menschen Bock auf Oreo genommen. Uh, kritisch. Abaddon! Ich mag Oreo gar nicht, weil ich den schwarzen Keks nicht mag. Ich habe selber ein Schlamm-Symbol entdeckt. Ah, nice! Sollen wir kurz was machen? Was machen Sachen? Gucken. Gucken. Du hast jetzt Bochum auf... Bock auf Oreo. Ja, du bist aber auch anders unterwegs. Hä, ich komme mir... Achso, da runter, oder was? Oreo Gold? Äh... Mag ich tatsächlich auch, ja? Da schmeckt... Äh... Da kommt da schon der Oreo-Keks. Oh... Ich hätte mich mal beheilen müssen. Ich mache jetzt nein, du bist mir zu schlecht. Ich suche mir irgendeinen random Ossi, den zahle ich einen Zehner die Stunde. Spiele ich mit dem. Hier ist das so ein Ding? Ja, das... Hä? Das habe ich aber... Ach, das muss man immer wieder sammeln, wenn man stirbt. Eigentlich nicht, aber... Ja, aber ich hatte es schon. Ich laufe schon mal, weil... Danke, dass du auf mich drauf gesprungen bist. Das weiße ist auch das Leckerste, ehrlich gesagt. Das andere mag ich auch nicht. Redest du gerade von dem Zeug hier, oder? Ja, genau. Das, was hier aus der Wand quillt. Wie dicke, fette, eklige Warzen. Komm, hauf! Wer lacht hier? Was ist das? Augen! Jetzt! Bin ich Ada Wong? Naja, naja... Wir alle sind Ada Wong, oder nicht? Also, deiner ist eindeutig ein Wong. Ist Oreo Gold? Was ist denn da der Keks nochmal? Der ist ja golden, aber nach was schmeckt denn der? Angeblich der schwarze Keks bei Oreo soll ja Schokolade sein. Warum steht die da so rum? Oh oh. Vanille? Nee, ich glaube, Vanille ist es nicht. Oder ist einfach nur die Farbe anders? Das kann natürlich auch sein. Das muss ich glaube ich kämpfen. Was heißt kämpfen? Die lässt den vor allen Dingen gar nicht rein. Nee, der nervt ja auch. Endlich ist er weg. Auch eine Möglichkeit nicht loszuwerden. Aber du teleportierst dich halt dauernd. Schau mal, wie ich die Schlangensymbole schon selber finde. Ohne deine Hilfe. Wo bist denn du, hä? Ah, da ist ein... Ah! Ich wurde von einem Oreo-Keks-Gesicht angegriffen. Fradigma Danger. Vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Was? Fradigma. Fradigma? Dickmann? Mann, sind die Dickmann. Herzlich willkommen. Hallo, sei gegrüßt. Auch von mir ein herzlich willkommen beim Profil. Können's da aufmachen. Der Profil kommt aus Ostdeutschland. Wollte ich nur nochmal sagen. Warnung schonmal vor. Du gehst da... Du bist einfach weg. Und dann bist du da. Ja, ist... Unheimlich. Weißt du, was das ist? Vanillegeschmack, tatsächlich. Hat sie... Angie hat das... Doch, Vanillegeschmack. Ist so. Sag nicht nisch. Ich war da... Ich war da nach Namek auf so einem Planeten. Kannst du dich erinnern? Da hab ich was gelernt. Ja, Drat. Ja, Drat. Hast du da die Teleportation gelernt? Oh, wow, 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 wow. Ah, der kommt aus Oreo-Keks-Gesicht. Lauf, Adriana. Einfach spring. Einfach spring da in der Eins-Szene. Ich wurde von, äh... Jetzt muss man hier auf das Soll schießen. Oreo-Armen. Gekidnappt. Der macht nur Kälte nicht. Ah, ich... Ah, ich will... Ah, ich brenne! Ah! Das war gerat... Achso, ich muss drehen. Das war geraten, Tobi. Das weiß ich doch. Fradigma, wie geht's dir? Ja, ich weiß doch nicht, ob man das überhaupt richtig ausspricht. Ist ein Fradigma nicht das, was Frauen zur Verhütung verwenden? Ne, das heißt, glaub ich, äh... Spragma. Dia-Fragma oder Paradigma? Ja, genau. Paradigma. Dia-Frag... Dia-Fragma heißt das. Wär auch ein toller Username für mich. Kannst's ja mal probieren. Soll ich. Ab in die Augen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Snowfall so morgens aussehen würde, würde er dann noch wachsen bei dir? Also würdest du sagen, ja, Mai, Augen zu und durch? Man kann ja was drüber machen. Ja? Aber du... Aber du... Aber... Aber ich meine, das fest sich ja auch komisch an, oder? Ist ja barzig. Wie man in Bayern sagt. Soll da was passieren? Die wehrt sich ja gar nicht. Hä? Aua. Du hast das Spiel verlassen. Ah! Der Broffel ist tot! Hilfe! Ich bin alleine! Der Broffel ist tot! OMFG! Diaphragma-Arena! Der Router macht Neustart, schreibt er mir gerade. Oh Gott! Der lässt mich hier voll alleine, der Sack! Oh, wie ich ihn hasse! Das schaffe ich! Ich glaub fest an mich! Stirb selber! Oreo-Gesicht! Ja, erstmal nachladen! Das ist, äh... Was für ein spannender Kampf! Unfassbar! So viel Action und Spannung! Wahnsinn, wie ich das mache! Ich hab einfach keine Munition! Oh mein Gott, ich liebe Pimmel! Oh! Oh! Ich bin übergeschicht! Ich werde überlegen! Ich weiß nicht, was ich machen muss! Ich bin doch gar nicht weggegangen, du Nuss! Komm! Stirb, du Auge! Ah, weggehen! Ah! Mann! Ich versteh das nicht. Was muss ich hier machen? Er hat gesagt, auf die Augen schießen. Mach ich doch. Ich muss nur... Wie lange muss ich denn auf der Ihre hässlichen Augen schießen, bitte? Guck mal, ob du dort irgendwie was findest. So was wie Eis. Das ist schon Eis-Teile. Ich kann ja... Warte mal, ich kann ja mal in dein Stream reingucken. Wieso macht ein Router am Tag einfach so einen Neustart? Das darf man nicht sein. Mein Fehler ist, ich mach den nie aus, ne? Ja, sollte man schon hin und wieder. Lauf! Halt, lauf doch! Bin ich eigentlich wieder live, ja, ne? Weiß ich nicht. Ich... Achso, ja doch, ich seh dich. Hey, jetzt sind beide Augen kaputt, hä? Geh mal gucken, ob du dort irgendwas findest, ob du dort weiter kannst. Geh mal gucken, ob du da hin gehst, hä? Du musst es doch wissen! Nee, es ist... Du musst es doch wissen! Ich merk mir nie alles. Hä? Du kommst dir nie hin, ne? Nee. Oder vielleicht muss ich ja die Augen... Ich kann ihn beim Zoggy schon wieder sehen. Achso, ihr müsst... Für alle, die jetzt... Ihr müsst natürlich mein Stream nochmal... Ihr, wie heißt? Oder einfach zu mir rüberkommen, weil beim Profil geht heute nix. Ja, jetzt bin ich eh tot. Oder? Aber ich weiß nicht, ob du mich jetzt von dort aus neu einladen kannst. Das müsstest du halt probieren. Ach nee, ich lebe sogar noch. Checkt jetzt nicht, was ich hier... Läuft wieder! Da ist auf jeden Fall gerade ein Stück Gesicht aufgegangen. Okay. Komm mit, schieß! Das ist ja ein komischer Boss. Hast du es nicht schon, ne? Sterbe! Liegt aber auch daran, weil ich keinen Plan habe, was ich machen soll. Ich schieße ja dauernd in ihre hässlichen Augen. Ich schieße ja dauernd in ihre hässlichen Augen. Ja, okay. Jetzt bin ich tot. Warte mal. Also man muss ihr irgendwie die Augen schießen, dann muss man lieber ein Stück Gesicht wegschießen oder irgendwie so. Okay. Speichern wie Ende, das hat der einfach gespeichert. Ich mach einfach nochmal neu. Wenn das Loch kommt. Ach so. Ja, ja. Also muss man hier irgendwie das Gesicht aufschießen? Schade. Wäre jetzt cool gewesen, wenn ich es alleine gepackt hätte. Wäre ich schon ein bisschen stolz gewesen. Aber gut. Okay. Okay. Hast du schon Warzone geladen? Nee. Aber ist ja gleich installiert. Gekauft ist es ja schon. Also das Original, COD und da ist ja Warzone eh dabei. Ja, ich meine bei dem Boss hier hätte ein bisschen mehr ausweichen müssen. Ich lade nochmal wieder ein. Hab ich schon. Ich komme auch, also den Boss würde ich glaube ich auch ohne Profis schaffen. Nur, äh, hätte ich jetzt, muss ich halt erstmal rausfinden, wie er geht und dann funktioniert das schon. Aber ist halt einfach, weil er hat halt den Granatwerfer unendlich und dann ist es einfacher, das Gesicht zu zerfetzen. Fradigma, schön, dass du da bist. Hallo. Herzlich Willkommen. Boah. Wieder hier. Naja. Schaffen wir schon. Einfach laufen. Da kommen wieder die Oreo-Pampe. Jetzt werde ich gleich geparkt, glaube ich. Ein bisschen Paloma. Ich bin auch Ada Wong. Aber ich posaun's halt nicht so raus. Na, ich werde mit COD jetzt nicht professionell anfangen, aber, äh, da morgen anscheinend COD gespielt wird. Warum immer ich jetzt im Menü war, keine Ahnung. Oh, das wird knapp. Du bleibst halt einfach stehen. Hallo Yoshi. Au, da bleibt er auch schön. Sag mal. Das ist aber aggressives Marketing. Für den Sander geht auch wieder nicht. Naja. Hey, hier war doch. Ich glaube, ich stehe aktiviert die einfach wieder. Oh, der Wrong Button. Hallo. Hallo zusammen, liebe Grüße. Der Streep auch ein bisschen. Haben wir vorhin schon reingeguckt? Äh. Ja. Kommt jetzt der Kampf schon, ja, ne? An der ersten Mal springen hier. Diese Geräusche, ey. Achso, wieder hier schießen. Liegen sie da total entspannt. Zeitgleich aufgestanden. Boah, als wären wir ein Team. Unfassbar. Da jetzt, man sieht ja jetzt schon, dass da zwei blaue liegen. Ja, aber keiner noch. Du sagst es so leicht mit deinem jugendlichen Wahnsinn. So, siehst du dich schon hier unten? Ja. Aber ich glaube, der Granatwerfer ist da falsch. Aber ich weiß, das ist nicht so leicht. Was war denn das jetzt? Hallo Yoshi Danke für die Grüße Du Phil, weißt du was wir morgens zocken? Ah, war sohn! Sex on the bitch Das wird mega, vertrau mir Kümmert euch ruhig um Kalas Pläne Kümmert euch ruhig mal um Kalas Pläne Ich kümmere mich um Simmons Und ich kümmere mich um meinen festen Stuhlgang Ah, das Ende, das war's jetzt oder was? Ne, da kommt noch was Don't belüge mich So, jetzt guck ich mal kurz hier bei dir rein Bei mir? Wo rein? In, in mein Körper F steht für Freunde, die was unternehmen Hä, ich wollte euch nochmal ein bisschen Also, jetzt kann ich mal so reden Also, wenn der Osten schon 5 Euro locker machen kann Dann muss im Westen ein bisschen mehr gehen Aber ein Euro hätte auch gereicht, dass ich sehe, ob's funktioniert Aber dankeschön, lieb von dir Natürlich überweise ich ihm im Nachgang Nach unserem Streams alles immer wieder zurück Ist ja klar Hallo, wieso geht hier nichts? Achso, ich muss auch Weil du nicht gedrückt hast Ich muss noch bereit drücken Okay, so 17.000 Das ist ja gar nichts Dann mach ich direkt weiter Kann ich eh nicht skillen Ich kann Wie unfassbar lange musst du das gespielt haben, dass du das alles skillen konntest Ne, ich hab nie alles frei Aber das Wichtigste Also, ich hab Verteidigung 3 Kritisch Treffer 2 Erholung 2 Ich glaube, das passt Für das, dass ich eh nur mitlaufe Ist Verteidigung und Erholung ganz gut Und wenn ich mal was treffe, vielleicht sogar kritisch Sollte reichen Aber es funktioniert Ist schon mal wichtig Wie auch immer Es geht, aber es funktioniert Bam Also, was heißt richtig gehört Mir wurde gesagt Ich könnte morgen bei euch COD mitspielen Ja Sandra Aber das weißt du doch schon Da haben wir doch gestern und vorgestern schon drüber geredet Ich glaube, wir sind fasziniert, dass du Call of Duty spielst Einfach Ja, aber man muss immer unterscheiden Spielen darf man das nicht nennen Ich bin halt anwesend Im Rucksack Ja, also ich bin froh, wenn ich mal einen treffe Und dann ist für mich der Tag aber auch schon wieder vorbei Jetzt kannst du hier ein bisschen ballern Magisch, gefällt mir Töm, töm, töm Und was machst du? Ich glaube mir, hinten Hinten glaube ich die Also auf jeden Fall Aber du sitzt auf jeden Fall auch mit drin Aber ich kann die Ziele Ich kann nur in deine Richtung schießen Wo du hinziehst Ja, auch schon wieder richtig gut Hä, nee Nee, nee, du hast schon dein eigenes Ziel, oder? Nein, nein Das heißt, wenn ich lenke Kann ich nur dorthin schießen, ja? Das ist so dumm, oder? Hä? Aber ich sehe Ich sehe deine Schüsse gar nicht Nee Das finde ich gut Seltsam Was muss ich denn abschießen überhaupt? Ich frage mich, ob das zu Simmons' Plan gehört Guck mal nach unten Was macht die denn da jetzt, ha? Geh doch nicht weg Die geht dort rein Die bedanken sich halt auch nie, weißt du? Nee Ich dachte, wir spielen das nur wegen dir, Sandra Ich dachte, die Sandra hat gefragt, ob du COD spielst Nee, die hat Sie hat gefragt Ob ich es mal spiele Und ob sie irgendwann mal mitspielt Achso, und weswegen spielst du es dann? Einfach mal so wieder aus Achso Weil ich es ein Burrito schon immer mal versprochen habe Aber irgendwie noch nicht Ich dachte, das war ein Community-Wunsch Ja, toll, dass man die Schilder abschießen kann Kommt, glaube ich, noch einer, ne? Faketen hast du auch, ne? Mit X Ah, tatsächlich Ich hab meine schon verballert Ach, nur eine, oder was? Nee, du hast fünf, glaube ich, oder so, insgesamt Hä, irgendwie schießt die keine Raketen bei mir Leer Ja, hast du sie wahrscheinlich verballert Gar nicht Ich hab meine eigenen Ja, der ist ein bisschen schwerer Dankeschön für nochmal fünf Euro Damit sind wir bei sechs Prozent Vielen lieben Dank Sehr lieb von euch Du musst ausweichen Achso Ich bin, äh, ich bin überfordert Mir wurde wieder Geld geschickt Aha, Evoli, danke für deinen Log Dankeschön Sechs Prozent sind erledigt What? Gar nicht wahr? So dumb war das gar nicht Ah, Raketen Ah, Raketen Ja, Wings Club Die Patty schaut sich halt wirklich Wings Club an mittlerweile Nur weil sie bei mir den Sound gehört hat Komm mit, blühtes Bastard Diesen Virus Verste Das kommt davon, wenn man Ada Wong vertraut Bisschen kaputter, Gute Warm Aurora, es ist warm Aber guten Abend, hallo Brauch vielleicht mal Wasser Dankeschön Achso, ich werd mal ballern Ist schon so, wie er so Oh Müssen die nicht hinlaufen und ihn Küssen Eigentlich schon, aber Jetzt Ja, klatsch ihn, natürlich Ja man, ja man Hier ist es auch so unendlich warm Trotz Regen Wenn wir jetzt die Hauptpersonen hier töten Die zwei Geht nie, leider Leider Dann wär das hier eigentlich voll das Zeit-Kontinuum Das wir hier schaffen Ja Weil dann alles, was wir vorher gespielt haben Ja, hätte gar nicht passieren können Wie kann ein Auto einfach so über andere Autos springen? Das ist ein super Auto Ein super Auto Los, du laufendes Dino-Auge Ich fahre so schnell ich kann Jaaah Jaaah Das ist okay, hallo Das ist okay, hallo Sag mal, lenkt das Ding überhaupt, wenn ich mich bewege? Oder macht es das von alleine? Auch das wieder, wie viel Glück du haben musst. Ja, es ist... Aber immer so. Wer spendet denn eigentlich immer anonym? Weiß ich nicht. Hast du auch eine bekommen? Nee, nee, aber... Damals für Regen wegen Outlast Trials? Ja, das weiß ich ja, wer es war. Aber, ähm, weiß ich nicht. Vielleicht wollen die das nicht, dass das so Arme-Cycle kann ja sein. Kann sein, ja. Nicht, dass die Leute denken, hier wären noch reiche Menschen drin. Das wollen wir ja nicht. Wir sind ja alle arm. Schießt du eigentlich? Ich schieße, ja. Weil bei mir fehlt deine Animation. Du sitzt nur da und dein Sessel vibriert. Okay, ich schieße jetzt mal nicht vielleicht. Gehen die dann erst hin oder was? Ich weiß es nicht. Ich werde euch töten. Wir gehen gar nicht hin, ne? Nee. Doch. Langsam aber nur. Komm, mach schneller! Oh, sind die dumm. Vielleicht müssen wir eher aufhören zu schießen? Glaubst du, dass es an uns liegt? Kann sein, ja. Los jetzt! Ey, willst du mich verarschen? Küsst euch halt! Was machen die denn da jetzt? Ich glaube, dass wir es gemacht haben. Oh, einmal auf KI verlassen! Oh, jetzt steht sie da! Mann! Hier, Leon, wie sieht es denn aus? Was machst du denn heute Abend noch? Weil er hier halt auf den Arsch guckt. Was machst du denn heute Abend noch? Bock auf ein Glas Wein oder was? Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass es noch KI gibt, die sogar noch dümmer ist, als wenn wir beide miteinander spielen. Das ist so hart, ne? Das ist so hart, ne? Jetzt! Jetzt haben wir ihn ja gekillt, oder? Ja. Wir sind einfach besser. Ja. Aber ist auch nicht schwer bei den beiden. Ja, ihr habt überhaupt keinen Auftritt verdient. Immer da, wo es Ärger gibt. Was, Leon? Leon! So unwahrhaft, so oft. Das nervt mich ein bisschen, dass hier immer dieses, wenn ich mit der Maus drüber fahre, kann ich das nicht ausschalten? Was meinst du? Seitenleiste ausblenden. Ah, cool! Okay. Passt. Jetzt kann ich nämlich auch mit der Maus über den Bildschirm fahren, ohne dass dauernd die Seitenleiste kommt bei mir. Das ist ja praktisch. Schade, dass ich es am Ende des Spiels erst rausgefunden habe. Dann noch sind wir nicht fertig. Jetzt kommt ja noch unser toller Gegner hier. Wer sind die beiden da? Die gucken sich an wie der Leon und die Helena. Zivilisten. Warum retten wir die? Wie unwichtig. Oh, der hat Dynamite. Ja, DJ Dynamite. Wieso winken die nur? Ich würde den ja runterschubsen mit dem Dynamit. Oh, wie dumm. Steht er daneben und winkt. Kommt mir bekannt vor, das Aufschlitzen. Ja, ne? Hoffentlich sind sie versichert. Hoffentlich sind sie versichert. Ist ja auch toll, dass durch die Raketen die Plattform gar nicht kaputt geht. Nee, nee. Was willst du jetzt von mir? Lande doch, ist doch keiner mehr da. Ich überlege gerade, irgendwo wird hier noch einer sein. Wahrscheinlich. Nee. Nee, es war jetzt einfach nur, dass Zeit vergeht. Beseitigen wir den Rest von Simmonds Chaos. Kali ist so ein Gewitter, hä? Ich finde, dass sie in den neueren Spielen die Soundeffekte wie Gewitter und so mittlerweile richtig gut machen. Ja, finde ich auch. Voll echt. Als würdest du im Gewitter schlafen. Mein Pumpernickel, mein Liebes. Wollte ja mal Gollum spielen, aber dann habe ich jetzt nur noch gehört, dass das Spiel so übertrieben schlecht sein soll. Wirklich? Das ist, dass ich es mich jetzt nicht mehr traue, ja. Das soll richtig schlecht sein. Dir geht es gut hier unten? Ja, ja. Es ist alles stabil hier. Stabilo. Aber spiel mal in den zweiten und dritten. Mach ich eh. Ich weiß nur noch nicht wann. Zettel und Stift ist wichtig bei sowas, sagst du gleich. Oh, ne, dafür habe ich normalerweise die Leute in meinem Chat. Gut, das geht auch. Aber die reagieren nicht immer, das ist das Problem. Oder sie sind besoffen, das kann auch sein. Weil die Angie trinkt immer gern ein bisschen viel Wein am Abend, wenn sie mir zuschaut. Weil anders hält sie nämlich mein Gesicht nicht aus, hat sie gesagt. Und wenn sie dann betrunken ist und mein Gesicht sieht, dann muss sie sich immer ihre Brüste kneten. So, jetzt habe ich mal wieder was Perverses gesagt, reicht jetzt auch schon wieder. Das war bestimmt befreiend, oder? Ja, ja, das hat jetzt wirklich, das ist so ein bisschen wie Tourette, der nicht raus darf. Schon, schon anstrengend. Ach, das kommt ja noch, stimmt. Auf dem Kran, oder? Oh. Boah, schau mal, ich habe mich gerade an was erinnert von alleine. Auf dem Dach hier. Diesen Zwischendach. Ja, genau. Das reicht doch. Das überleben die natürlich. Wissen wir ja. Sie denkt sich, naja, geht besser. Da stehst du einfach, du warst schon da. Wahnsinn. Alter, ich stehe doch noch auf dich, ne? Ja. Finde ich gut, finde ich gut. Finde ich okay. Das ist nicht so cool. Ich stehe schon wieder da, Jana. Momentane Teleportation. Ich laufe einfach, dann kommt der mir eh hinterher. Das Schicksal hat uns füreinander bestimmt. Diese Armbrust, die kommt da nicht drauf klar, dass sie nicht von alleine nachlässt. Das ist die... Ah! Da belästigt mich voll. Das ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Brauche ich eigentlich ein bestimmtes COD, um mitzuspielen? Da war so ein Zwei. Sandra war so ein Zwei. Sie erwidert mich an. Sie erwidert mich an. Ich verstehe gerade gar nichts. Ich bin nur ständig irgendwie fast tot. Ich kriege den Kurskopf. Als ich immer befreit seit. Ich bin nur in der Kurskopf. 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 So blöd kann keiner sein! Aua, what the fuck? Brauchst halt viel Speicherplatz dafür, Sandra. Warzone ist mega groß. Platzfresser. Das war mal voll daneben, dein Schuss. Was meinst du? Der erste auf alle Fälle. Hat der nicht eingetroffen dahinter? Nein, da war niemand. Das habe ich genau gesehen. Das war völlig unnötig, der Schuss. Okay. Okay. Hab's probiert. Ja, es schadet ja nicht. Du lernst ja noch. Genau. Mann, ich kriege einfach... Es gibt hier viel zu wenig Schrottflinten-Munition. Das ist traurig. Nein. Wo? Man will die Konkurrenz loswerden. Unter den. Oh, der ist aber weit unten. Ja, den haben wir weiter runter geschossen. Der ist einfach umgefallen. Der fackt. Ja, klar. Da ist er. Mit einmal war er ganz oben. Ja, das ist so. Der ist wie du. Instant Transmission Kamehameha. Nein. Kannst du hinrennen, oder? Ah ne, da macht der erst mal... Ich liege. Ich liege hier nur sinnlos rum. Der gibt ja erst mal nur an. Bestimmt riecht sein Penis komisch, wo ich jetzt gerade so sehe, wo mein Kopf ist. Ich frag mich, wo die Helena ist. Die ist oben im Gebäude bei dir. Bei mir, ja. Du bist halt random. Die sieht dich gar nicht. Die hat bestimmt Angst vor dir. Die kann mit dem Schauschützenbewerb viel schneller schießen als wir. Sollte Grüße von der Kasi sagen. Kasi, liebe Grüße, zurück. Das hat der überlebt, weißt du. Der wurde gerade abgeschossen. Genau, geh auf ihn. Das ist mir egal. Hast du Heilung ja, ne? Ja, ja. Heilung hab ich. Bisschen. Okay, jetzt kannst du hinrennen. Ich komme! Uah, zack. Müssen wir hier nur zwei Timer machen. Der hat grad seinen Penis rausgefahren, um mich zu erstechen. Achso, du kannst ja da hin, oder? Oder? Nee. Der Leon steht auch nur da, damit er da steht, oder? Ich glaub, die kommen da gar nicht drauf, die neuen PC suchen. Der skriptet sich schon mal die richtige Position. Lass das! Lass das! Man kriegt nicht immer, was man will, Simmons. Ich glaube, in echt tut das ganz schön weh. Ich versteh nicht. Ich hab ihn davor auch schon abgeschossen. Das hat ihm nichts ausgemacht. Das war... Das war die eine Stelle, weißt du. Klar. Was ist denn unser Lieblingsspiel? Unseres? Oh. Du meinst den Coop, oder was? Wer fragt das bei TikTok, oder was? Ja. Danke. Können wir das jetzt schon sagen? Naja, wir haben... Es ist erst unser drittes Spiel zusammen, also schwierig. Borderlands wäre ja noch da. Stimmt, das hatten wir auch auf der Liste. Ja. Alle drei Teile inklusive DLC, da sind wir ein paar Wochen beschäftigt. Wo sind wir denn jetzt? Also, hier hat Carla ihre Experimente durchgeführt. Wer ist denn Carla? Ha! Frau von Simmons? Ich weiß es nicht mehr genau. Was die auch immer für merkwürdige Schlüssel haben! Wieder ein Misserfolg. Bringt mir eine andere Testperson. Das ist Carla. Also, die andere Eder. Geht nach draußen. Da stehen tausende Testpersonen zur Auswahl. Noggi! Danke für deinen Raid, mein Lieber. Hallo, hallo, hallo. Sei gegrüßt. Flauschmami, hallo. Dankeschön, dankeschön. Nicht wundern, Noggi, weil kein Alert kam. Bei Raids kommt der Alert... Also, der... ...visuelle Alert erst bei zwei, ab zwei Zuschauern. Deine Kamera ist wieder weg, seh ich gerade. Was ist denn das immer? Du warst es, der mich als Testperson gewählt hat. Oder? Die Wärme. Die Wärme zock ich, die Wärme. Nein. Nein, es war Simmons. Er hat mich gezwungen. Tun Sie das nicht? Aber danke für deinen Raid, mein Lieber. Schön, dass ihr da seid. Du es glaubst, oder nicht? Ich kann ja hier wieder gar nichts machen. Es war ein Ein-Personen-Raid. Mhm. Wie das? Das geht, aber das wird bei mir nie angezeigt. Visuell, weil ich hab... Zuschauern, weißt du? Und das ist natürlich ab ein Zuschauern. Aber der Wille zählt ja. Du weißt ja, wie es ist. Ja, ja, klar. Und der Zeddy ist auch noch da. Der wollte mit uns auch mal Fortnite spielen. Oje, Fortnite. Na die Woche nicht, denk ich. Oder am Wochenende vielleicht. Das kann ich schon gar nicht mehr. Aber Warzone ist halt schwerer, ne? Musst du Platten reinschieben. Für allemal. Der Usi. Schön mit der Usi. Danke, Phil. Sehr gut. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, können das eigentlich nur Mods, ja, ne? Ja, können nur Mods. Klauschmami hat Sehnsucht nach Prof. Das glaub ich nicht. Nein, das glaub ich nicht. War's wirklich warm, ne? Ja, es bleibt doch so eine lange Zeit noch jetzt. Also ich freu mich ja über Wärme. Ich mag ja lieber Wärme als Kälte, aber... Dann glaub es nicht. Du würdest mir das selber sagen, Flauschmami. Darum geht's. Klar. Bin gerade frei geworden. Ah, der PC läuft noch anscheinend, obwohl er brennt. Das nenne ich mal Qualität. Hätte ich auch gerne. Was war's jetzt? Ist das Ende? Ist bestimmt von dieser anderen Marke. Kennst du Sivcom? Das ist ja Ende. Du hast gesagt, da kommt noch voll viel. Nee, ist gut jetzt. Es ist halb zehn. Was macht man jetzt? Das ist eine gute Frage. Was machen wir jetzt? Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Jetzt sitzen wir hier und wissen ja gar nicht, was wir machen sollen. Wir werden gleich malan Klimas sal 85 vipperateln. Bis dahin.